Hey, willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Heute erkläre ich dir meinen Schritt-für-Schritt-Prozess, den ich auch mit neuen Coaching-Teilnehmern immer so durchgehe, der dir dabei helfen wird, anzufangen, Frauen anzusprechen, wenn du das bis jetzt noch nicht gemacht hast und nicht genau weißt, wie soll ich damit anfangen, ich traue mich nicht und wie kann ich die Blockade überwinden. Genau das schauen wir uns im heutigen Video an. Also, du bist neu oder, was heißt neu, müsstest du ja nicht mal unbedingt sein, aber sagen wir mal, du willst Frauen ansprechen, weißt du aber nicht, wie du damit anfangen sollst. Das kann ich gut verstehen und das habe ich auch als Problem gemerkt in der Zusammenarbeit mit meinen Coaching-Teilnehmern und deswegen habe ich da ein ganz klares Konzept, das ich im Grunde bei jedem Coaching immer wieder benutze und das dafür sorgt, dass die Teilnehmer dann in der Lage sind, Frauen anzusprechen. Das Problem, das viele Männer haben oder den Fehler, den viele Männer machen, ist, dass sie gleich alles wollen oder gleich zu hoch einsteigen. Es ist natürlich klar, dass wenn du jetzt noch nie mit einer fremden Frau auf der Straße geflirtet hast, du absolut keine Ahnung hast, wie das funktioniert. Du hast A, keine Ahnung, wie es geht, du weißt nicht, was du sagen sollst, die Situation überfordert dich wahrscheinlich und all das ist viel zu viel, viel zu groß und wiegt viel zu schwer, um dass du dann auf einmal, auf magische Art und Weise, plötzlich erfolgreich Frauen ansprechen könntest. Es funktioniert halt eben nicht und deswegen ist es so wichtig, dass man das in Schritte, in klar gehbare und klar, ja, klare Schritte gliedert, die auch deinen Fähigkeiten entsprechen. Und genau das ist es, was ich mit meinen Coaching-Teilnehmern immer mache. Ich arbeite mit denen auf drei verschiedenen Stufen und durch diese drei verschiedenen Stufen sind die Coaching-Teilnehmer dann meist innerhalb eines Wochenendes in der Lage, ohne Probleme mit Frauen zu flirten, wenn sie das nicht vorher schon waren. Was ist Stufe 1? Stufe 1 ist erstmal ganz, ganz basic für diejenigen, die wirklich überhaupt kein Gespür dafür haben oder sagen, boah, fremde Leute ansprechen, das ist so gar nicht meins, ich weiß nicht, wie das geht, ich weiß nicht, ob ich das darf, machen soll und wie und dies und das und tausend Sachen im Kopf ist erstmal Stufe 1 das Richtige. Und zwar ist Stufe 1, dass du fremde Leute nach dem Weg fragst. Das mache ich dann wirklich mit den Coaching-Teilnehmern, wenn es wirklich so ist, dass die gar nicht vorankommen, gar nicht weiterkommen, dann fangen wir eben auf Stufe 1 an und fragen fremde Leute nach dem Weg. Auch auf Stufe 1 gibt es verschiedene Abstufungen, das heißt, du kannst eine alte Frau nach dem Weg fragen oder eine attraktive junge Frau. Natürlich fängst du optimalerweise hier bei der attraktiven jungen Frau an, aber vielleicht, wenn es gar nicht geht, wenn du es gar nicht hinbekommst, dann frag halt erst eine alte Frau nach dem Weg, so blöd das jetzt auch klingt. Aber es wird dir enorm helfen. Es bringt dich a raus aus deinem Kopf, indem es anfängt, dich in eine Handlung zu schmeißen. Du bist dann nicht mehr hier oben, denkst darüber nach, oh Gott, was soll ich sagen, darf ich das, darf ich das nicht, sondern du gehst in Handlung mit einer auf Stufe 1, noch sozial akzeptierten Sachen, nämlich nach dem Weg fragen. Niemand wird dir sagen, was, du hast eine alte Frau nach dem Weg gefragt, wie kannst du nur oder hast du eine attraktive junge Frau nach dem Weg gefragt, wie kannst du nur, das ist sozial akzeptiert, deswegen ist das Stufe 1. Du kannst auch immer wieder auf diesen Stufen runtergehen, wenn du jetzt zum Beispiel schon mehrere Monate unterwegs bist und Frauen ansprichst und dann bist du mal ein paar Wochen nicht unterwegs und steigst wieder neu ein und du merkst, boah, jetzt einfach direkt eine Frau eiskalt anzuflirten, das kriege ich gerade nicht hin, dann geh halt von den Stufen wieder runter und fang erst mal weiter unten an. Das kann man immer wieder so machen, das ist super effektiv und es ist wirklich, die Idee dahinter ist einfach, dieses ganze Nachdenken, dieses ganze Zögern gleich wegzuschneiden und dich in Handlung zu bringen. Das ist die Grundidee dahinter. Wenn du Stufe 1 gemeistert hast und wie gesagt, du kannst immer wieder zurückkehren, dann gehst du auf Stufe 2 und Stufe 2 ist, dass du einer fremden Frau ein Kompliment machst und dann das Gespräch wieder verlässt. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter, jetzt sind wir nicht mehr am unbedingt sozial akzeptablen, sozial anerkannten Modus, weil jetzt geht es schon ein bisschen als eingemacht. Naja, du gehst hin, machst einer Frau ein Kompliment, hey, ich wollte nur sagen, dein Kleid gefällt mir, ist super schön, mach dir noch einen schönen Tag und verlässt dann wieder das Gespräch. Das braucht schon ein bisschen mehr Eier, deutlich mehr Eier, als nach dem Weg zu fragen. Nach dem Weg zu fragen, das haben sehr viele Leute in ihrem Leben schon mal gemacht, auch wenn sie es nicht gewohnt sind und das ist jetzt nicht die ultra große Herausforderung, aber einer fremden Frau ein Kompliment zu machen, das ist dann schon eine etwas größere Herausforderung, aber immer noch nicht so extrem wie Level 3 und da kommen wir dann gleich zu. Der Teilnehmer darf das Gespräch danach wieder verlassen, er kann auch gerne drinbleiben, muss er aber nicht, er kann danach rausgehen. Und das Gute hier dran ist, dass er sich halt keine Gedanken drum machen muss, okay, was sage ich, wie leite ich den Flirt ein, wie hole ich ihre Telefonnummer, all das sind Sachen, die nicht relevant sind für den Teilnehmer. Er muss einfach nur hingehen, ein Kompliment machen, das heißt, er weiß von der Struktur her ganz genau, was er machen muss, er könnte sich sogar einen Satz zurechtlegen, den er immer genauso benutzt und er wird auch nie einen anderen Satz brauchen. Es ist also nicht schwierig, es erfordert nur Überwindung. Das heißt, was wir hier machen auf Stufe 2, wir schneiden hier dieses Schwierige raus, dieses was soll ich sagen, wie soll ich es machen, wie fragt man nach der Nummer und all die anderen tausend Fragen, die der Teilnehmer haben könnte oder die du haben könntest, das schneiden wir einfach an der Stelle raus und ermöglichen es damit dir sozusagen einfach nur die Überwindung zu haben. Und auch hier, du kannst ja mal wieder dahin zurückkehren, wenn du gerade merkst, boah, der volle Flirt, kriege ich nicht hin, mach erst mal ein paar Komplimente. Besser, du bist in Handlung, besser, du sprichst mit fremden Leuten, egal in welcher Form, als wenn du rumstehst und nachdenkst und nicht handelst, weil die Hürde zu groß ist. Weil dann kann es wirklich sein, dass du, nimm mal ein, du gehst jetzt in die Stadt zum Frauenansprechen, dann kann es halt sein, dass du wirklich nach Hause gehst, ohne was gemacht zu haben, weil einfach diese Hürde zu groß war. Dann geh halt runter, mach die Hürde kleiner. Das ist eine ganz logische Sache, die man eigentlich in jedem Lebensbereich so anwendet. Wenn du jetzt zum Beispiel zum Training ins Fitnesscenter gehst, dann gehst du ja auch nicht auf die Handelbank und machst, Bankdrückst 100 Kilo, weil das kannst du ja gar nicht, sondern du machst erst mal gar nicht 10 Kilo und das kriegst du dann hin unter Umständen. Du verstehst die Analogie. Dann kommt Level 3. Und Level 3, und da kann man auch weitere Abstufungen machen, das mache ich dann nicht mehr in meinem Prozess. Level 3 wäre, dass du wirklich eine Frau ansprichst, ihr meinetwegen ein Kompliment machst oder sie direkt ansprichst und dann in einen klassischen Flirt einsteigst und guckst, okay, verstehen wir uns, tauschen wir Nummern, sehen wir uns wieder. Und jetzt sind wir quasi bei dem, worauf es natürlich am Ende des Tages hinauslaufen soll. Und hier kommen dann die Probleme oder auch Herausforderungen dazu, was soll ich sagen, wie flirte ich und so weiter. Und das erfährst du dann natürlich von mir im eigentlichen Coaching. Da will ich jetzt nicht hier drüber sprechen, das reißt jetzt den Rahmen des Videos. Für Coaching kannst du dich im ersten Link in der Beschreibung bewerben. Also, dann sind wir auf Stufe 3. Und auch hier könnte man noch Abstufungen machen. Auch hier könntest du sagen, okay, keine Ahnung, ich bleibe im Flirt, aber tausche nicht die Nummer aus. Oder ich bleibe im Flirt und spreche ein paar Sätze mit ihr, aber dann gehe ich wieder. Auch hier könntest du persönlich noch Abstufungen finden, wenn das für dich wichtig ist. Du wirst aber merken, dass wenn wir jetzt im Flirt drin müssen, der Flirt läuft gut, dann willst du wahrscheinlich auch ihre Nummer haben und nicht einfach gehen. Das wäre ja total bescheuert. Aber das ist dann Stufe 3. Und im Grunde gibt es noch sowas wie Stufe 4, wenn man dann wirklich ein bisschen professioneller schon unterwegs ist. Also nicht im Sinne von, ich verdiene damit Geld, sondern im Sinne von, ich bin einfach schon ein bisschen besser da drin, im Sinne von einem Profi. Dann ist es so, dass du nicht mehr unbedingt direkt oder mit Komplimenten ansprichst, sondern einfach aus der Situation, aus einer entspannten Situation hinaus, auch vielleicht ein bisschen situativ, vielleicht ein bisschen indirekt mit ein bisschen Charme, dass du da ansprichst. Denn das hat noch andere Vorteile, aber das erfordert ein bisschen mehr Kreativität. Es ist natürlich klar, dass ein situatives Ansprechen, von dem ich nicht weiß, wie es vorher ist, sondern erst das weiß, wenn ich die Situation sehe, das erfordert natürlich mehr Fähigkeiten von mir, als wenn ich ganz genau weiß, ich sage, hey, du gefällst mir, wollte ich kurz ansprechen oder irgendwie sowas in der Art. Das heißt, das direkte Ansprechen ist einfacher, weil da weißt du eben ganz genau, was du sagen musst ungefähr. Deswegen ist das direkte Ansprechen Stufe 3 und wenn du so willst, gibt es auch Stufe 4 und das wäre dann wirklich situatives, spontanes, flirtiges Ansprechen. Und das erfordert dann tatsächlich auch schon ein bisschen Erfahrung und vor allem auch Lockerheit von dir. Und diese Lockerheit, die erwirbst du eben nicht, indem du rumstehst und nachdenkst, sondern diese Lockerheit erwirbst du, indem du nach dem Weg fragst, Komplimente machst, Stufe 3 machst. Dadurch erwirbst du diese Lockerheit, die dir am Ende des Tages die Möglichkeit gibt, wirklich erfolgreich zu flirten. Aber wie gesagt, wenn du nicht genau weißt, wie du da weiterkommen sollst, erst dann in der Beschreibung erwirbst du dich für ein Coaching bei mir. So, das zu dem Thema. Ich glaube, das ist relativ klar und gut verständlich und da sollte es eigentlich keine weiteren Fragen zu geben. Solltest du doch noch Fragen geben, Video-Verschläge in die Kommentare. Übermorgen sehen wir uns ansonsten wieder. Ich freue mich, dass du dabei warst. Links neben mir, abonnierst du noch den Channel, auch die Glocke aktivieren, dann verpasst du kein Video mehr. Unter mir kannst du dich, wie gesagt, für ein Coaching bewerben und hier unten rechts kommst du zu einem Video mit weiteren Tipps zu deinen Erfolgen mit Frauen. Schau unbedingt da vorbei, wenn du bis hierhin geschaut hast. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.